ja Jungs, servus zurück auf Frupphaus1, jetzt kommt mal wieder ein Video, äh, neue Internetverbindung, da soll das Ganze eigentlich deutlich, äh, schneller gehen und alles Jungs, streamen, werden auch natürlich geil, checkt ihr auf jeden Fall ab aber ja Jungs, es ist was geiles passiert, wir ziehen am Freitag den 30. äh, was, oder haben was richtig geiles an diesem Tag gezogen gönnt euch das Video, leider ist da, wo ich das geile gezogen hab, irgendwie der Ton nicht mehr da, ich weiß nicht warum, weshalb und wie keine Ahnung, aber Jungs, gönnt euch dieses Best-Off von meinen letzten Packs und Jungs, gönnt euch auch auf jeden Fall, was ich immer im Untrade-Pack gezogen hab, gönnt euch Servus zurück auf Frupphaus, wollen wir bei SPC's Packs hier im Stream und das wird als Ganzes, wird das als Best-Off zusammengeschnitten mit den, äh, Chopper-Team, die heute rauskommen, die werden wir da morgen im Stream öffnen Wollen wir mal gucken, wann wir morgen streamen, auf jeden Fall, fangen wir mit dem ersten Pack an Ah, das wird nix Das ist schon mal ein Durchläufer Ja So, warte geht's bitte, Prime und Hector, Spieler, Back Hier ging ganz schön rutschen Ja Komm, nirgeln noch mal, Dragon Macho Penalys Wir müssen noch mal nochmal ein und wir können noch mal ein Ja Komm, beim Apport, wenigstens eine, ein Walker oder wenigstens zwei Diabeln Komm jetzt aber wenigstens, was sind das für Packs? Komm jetzt mal behalten, vielleicht bauen wir noch mal ein oder so. Komm jetzt wieder weg, last but not least. Hör mal auf, wir sehen uns bei Top-A-Team. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Was will man mehr? Wir haben jetzt ein geiles Team, wo wir ganz entspannt zocken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.